hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft ultra hardcore challenge schön dass ihr wieder mit dabei seid so zwischen der letzten folge und dieser folge sind zwei tage und gefühlt circa neun stunden vergangen als ich hier hingeben war und ich zeige euch mal was ich getan hatte den rüstungsstände habe ich umgebaut hier die kiste und den anpass habe ich umgebaut wir haben hier sehr sehr viele bäume und leute es war echt ein wahnsinn es war ein wahnsinn so das ist jetzt alles hier zeig es euch mal kurz wir haben jetzt hier ich habe sie überall beschriftet federfall 4 schlag 2 unseren oder waren erfahrungspunkte glück 3 unendlichkeit dorne 3 reparatur da ist nichts drin die vier boxen sind noch leer effizienz 5 plünderung 3 haltbarkeit 3 alleine für das buch haltbarkeit 3 bin ich ohne ohne witz ich bin fünf stunden hier gestanden über fünf stunden und habe die in den den block abgebaut wieder hingestellt block abgebaut wie in die fünf stunden hat es gedauert bis der haltbarkeit 3 raus gespuckt hat schärfe 5 verbrennung 2 ikea habe ich mir gebaut hier für bücherregale kraft 5 rückstoß 2 flamme 1 schutz 4 und das ist wieder unser geldgeber so steht mal unter gut leute das heißt wir haben bei weiten noch nicht alle bücher ja was ich habe ist jetzt hier mal für die spitzhacke für die die man spitzhacke reparatur 1 glück 3 haltbarkeit 3 und effizienz 5 das kommt darauf auf schwert kommt schärfe 5 rückstoß 2 verbrennung 2 plünderung 3 und eben auch haltbarkeit 3 ich habe nur jetzt echt keine nummer zwölf die mann 12 smaragde übrig und kann mir eigentlich momentan nichts leisten dann bin ich drauf gekommen ich habe mir hier den bogen schon verzaubert hier mit flamme 1 und endlichkeit 1 kraft 5 und schlag 2 soll auch noch haltbarkeit drauf kommen ja und schon ist der tisch hier defekt das heißt wollen wir unsere ganze rüstung die ist noch komplett unverzaubert und alle unsere items voll verzaubern brauchen wir eisen brauchen wir eisen und jede menge kohle kohle kriegen wir also kohle im sinne von geld im sinne von smaragden das bekommen wir hauptsächlich momentan nur indem dass wir sticks barmen ja so und dann ist das nächste problem schaut mal her jetzt schauen wir uns erst mal an was die verzauberungen kosten würden kostet 2 kostet 3 kostet 5 kostet 6 jetzt kann man ja die bücher irgendwie miteinander verknüpfen und da habe ich gelernt wenn du das teure buch immer mit dem günstigen buch hier reinlegt kostet nur 3 statt 6 ja und dann haben wir da zwei drauf selben machen jetzt noch mal kostet 6 kostet 3 so sparen wir im endeffekt ein bisserl level ja das ist jetzt natürlich am teuersten das heißt es kommt nach vorne kostet nur mehr 8 und jetzt müssen wir sowieso da drauf packen kostet 23 und können wir uns schon gar nicht mehr leisten scheißen dreck so und da haben ein immenses problem wir haben keine xp fahren in dem modus nix ja wir sind jetzt level 18 und brauchen im endeffekt was man gesagt geht das eigentlich so rum auch das habe ich noch nicht probiert moment nee so rum geht es natürlich nicht sehr zu einfach jetzt gewesen 23 gut das heißt wir brauchen extrem viel xp wir brauchen extrem viel smaragde wir brauchen extrem viel holz und eisen und alles ja ich will jetzt auf jeden fall kurz mal schauen habe ich jetzt hier noch was da ja nicht mehr viel das letzte holz was ich übrig habe das heißt momentan am einfachsten bekommen wir die xp durchs train hier handeln handeln gibt xp handeln handeln gibt xp und smaragde brauchen wir sowieso okay so jetzt machen wir uns die 40 da noch schnell so zack zack ja seht so kommen momentan ein bisschen voran oder ja so komme ich momentan ein bisschen voran was das ganze thema xp angeht problem an der sache dazu brauchen holz und darum ihr lieben werden wir diese folge heute nutzen um mal hier die bäume weg zu zu zimmern weg zu hauen sobald wir dann hier stein 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 ich kein stein eisen müssen wir sparen ist so also müssen wir sparen da falsch da wollte ich ja zack 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 machen wir uns eine axt gut bekommen dann gleich wieder sticks da machen uns die nächste axt und so weiter und so fort ich glaube in der letzten folge hatten wir hier drei bäume stehen oder waren vier also ich hab die jetzt schon sehr sehr oft hier weg gehauen und wir brauchen ich habe es mal so grob überschlagen so um die tausend smaragde um uns alle bücher kaufen zu können die was man dann brauchen ja damit man alles hier verzaubern können von unserer rüstung und von unseren waffen wir müssen dann auf jeden fall eisenfarmen gehen goldfarmen wir werden ja so da wo man wo man in der mine die treppe wo die treppe sich wendet quasi wo die treppe abbiegt werden wir auf dieser höhe ungefähr versuchen eisen zu finden gold zu finden diamanten müsste es dort eigentlich grundsätzlich auch geben wenn es so ist dann freuen wir uns darüber was ganz was schlimmes ist jetzt bin ich jetzt auch drauf gekommen und zwar das wusste ich nämlich gar nicht weil ich schon ewig lang kein minecraft mehr gespielt habe seit der 1 20 kann man nicht mehr einfach in den netter gehen netterit also diesen dicken schrott abbauen netterit bahn bauen und diese dann die rüstung und die waffen aufwerten auf netterit dazu braucht man jetzt diese schmiede vorlage in diese schmiede vorlage was man da brauchen gibt es einzig und allein in den bastionen grundsätzlich würden wir eine brauchen und die könnte man dann mit diamanten wieder erweitern ja oder duplizieren so jetzt stellt sich mir die frage brauche ich das überhaupt grundsätzlich würde ich mich mit einer netterit rüstung wohler fühlen ja würde ich ganz eindeutig ist ein bisschen vorsichtig sein ihr seht mir fehlen schon wieder eineinhalb herzen das war die habe ich hier rein durchs runterfallen verloren weil ich ab und zu mal wieder falsch abgebaut habe ich glaube ich traue mich nicht wirklich hier eine bastion jetzt zu gehen für mich wird die die festung an sich schon eine herausforderung werden ja so und jetzt stellen wir uns hier mal eine werkbank her zack 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 bämsele da haben wir noch ein stick und machen uns gleich eine neue axt nächster baum sollten wir wir müssen auch das netter portal wenn wir jetzt in der nächsten folge oder in der übernächsten folge runter gehen in die mine eisenfarmen wenn wir quasi unsere spitzhacke fertig haben dann sollten wir da irgendwie gleich mal obsidian mitnehmen für für das netter portal denn das wird der nächste große schritt werden ja wir werden es nicht schaffen voll verzaubert in den netter zu gehen leider dazu müsste ich wahrscheinlich hier wieder zehn stunden investieren offscreen dass ich die ganzen bücher kauf ja das werden wir allerdings nicht alles offscreen hinbekommen so viel zeit habe ich auch leider nicht das heißt da müssen wir wahrscheinlich die eine oder andere folge werden wir dann mitnehmen und ich werde dann wirklich hingehen und und ein paar folgen oder ein bisschen was offscreen erfahren und kaufen und das muss dann im endeffekt gemeinsam verzaubern aber wie gesagt da fehlen uns level da fehlen uns eisen denn der der anboss hält auch nur bestimmte verzauberungen aus ja da geht nicht so oft das leider sehr sehr doof das habe ich auch gar nicht bedacht beziehungsweise hatte ich das einfach nicht mehr am schirm wieder wie intensiv das mit dem verzaubern überhaupt ist der eine oder andere minecraft profi von euch wird sich jetzt denken oder wir sagen ja marito für den ender drachen brauchst das ja gar nicht da kannst du mit einer eisen rüstung hingehen oder sogar mit einer leder rüstung wenn du gut bist ja du hast recht aber wir machen sie auf gemütlich wir machen sie auf safe und ich bin kein so pro gamer dass ich das schaffen würde das das traue ich mir ganz ehrlich gesagt nicht zu ich bin schon so oft gestorben in der minecraft ultra hardcore challenge allerdings in der java version natürlich java ist ein bisschen anders als hier aber schon die nächste java ist ein bisschen anders das ist mir bewusst aber aber ja ich will das schaffen ja ich will das schaffen und da liebe leute und da warte ich jetzt dann wirklich ab bis ihr mir das in die kommentare schreibt ähm also bis diese folge jetzt mal veröffentlicht wird es wird noch eine zeit lang dauern sollte schlafen gehen das wird noch eine zeit lang dauern bis die folge kommt weil ich ja immer noch im vor produzieren bin zack zack also ähm ob wir uns dieses netterit holen sollen oder nicht würden wir uns dieses netterit holen aus einer bastion würde ich den spielstand quasi weg safen weg sichern dass man äh das quasi als so kleines experiment äh nutzen können ob wir es schaffen oder nicht ja ich habe mir jetzt äh angeschaut dieses äh diese schmiede voller gibt es in nur in der bastion und da auch nur in ähm na wie heißt es im schatzraum also im best gesichertsten teil einer bastion das ist ziemlich heavy das ist ziemlich heavy wenn man keinen schaden kriegen soll so 38 wieso bist du jetzt teurer worden mein freund oh da er ist bei dir und den rest machen wir bei ihm drüben so jetzt sind wir wieder ein level aufgestiegen und so geht es halt jetzt dahin ja das ist jetzt das im endeffekt was für mich schreckt mir nicht wir können da hinten schnell schlafen da haben eh die coole und geht noch nicht also es ich habe mir hier extra ein fenster freigelassen nämlich hier als ich hier geschlagen habe damit ich das ein bisschen im blick habe was sich draußen so tut ne manchmal verteuern die ihr angebot und ich weiß nicht warum und ein zwei in dem tage später sind es wieder ganz normal warum auch immer ich weiß nicht was denen da nicht passt ne hast du noch ja geht noch so jetzt müsste man aber dann irgendwann mal schlafen am besten jawohl hier diese vier boxen habe ich übrigens freigelassen wir waren ja möchte ich nur kurz schauen bei ihm ja 64 kostet es ja rutsch mir doch den buckel runter und bei dir ist da schaut es euch das an das ist echt komisch ja da traden wir auf jeden fall nicht wenn es zu teuer ist da traden wir nicht so da nehmen wir sie mit da nutzen wir lieber die zeit Entschuldigung Entschuldigung ach komm geh halt mal zur seite da ja komm du darfst raus du darfst raus 21 wir brauchen noch zwei level ne das heißt wir gehen jetzt hier wieder schön holz holen zack 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 das ganze zeug hier einsammeln natürlich könnten wir jetzt auch den her gehen und den eisengolem von irgendwo äh äh killen ja äh weiß nicht ob das so gescheit ist denn ich bin in so einer challenge auch schon mal äh durch eisengolem gestorben jo also ich bin hier echt ein bisschen zurückhaltend oder versuche ein bisschen zurückhaltend sein zu sein nicht zu viel risiko weil zu viel risiko ja ist bei meiner verpeiltheit bei meiner tollpatschigkeit oft nicht gut ja so tollpatschig ich im wahren leben bin so tollpatschig bin ich leider auch im game das zieht sich bei mir quer durchs äh äh durchs leben ne so und vor allem das ist jetzt so eine richtig richtig arge herausforderung was ich eigentlich grad sagen wollte genau die letzten vier boxen habe ich ja freigelassen ähm ich möchte in den aufnahmen schauen ja ja wir sind ja in einem dorf als wir äh äh verlaufen hatten in einem dorf gewesen wo vier kirchen waren bevor und das war das dorf bevor wir das hier gefunden haben ich weiß jetzt aber nicht mehr wo das war da könnten wir uns nämlich dann äh äh noch die vier braustände rausholen habe ich mir überlegt und mit den vier brauständen könnten wir uns dann vier geistliche dort machen und mit dem vier geistlichen ja können wir enderperlen traden beziehungsweise soweit ich mich erinnere konnte man denen auch redstone verkaufen redstone haben wir ja einiges auf reserve momentan oder einiges auf lager sozusagen und werden wir nicht brauchen und ich vermute mal wenn wir jetzt dann wirklich eisenfarm gehen und dann mit glück verzaubert sind dass wir da noch das eine oder andere redstone finden werden so nächster baum gleich wir nutzen quasi die zeit während die jetzt so teuer sind um hier material zu besorgen und sobald die wieder billig sind oder einen normalpreis haben von 32 sticks pro emerald dann traden wir das wieder weg ja genau ich mache es jetzt immer so dass ich alle bäume einmal abbaue und wenn ich alle bäume einmal abgebaut habe dann wenn ich alle bäume einmal abgebaut habe dann pflanze ich wieder neue an so habe ich ein bisschen überblick was noch zu tun ist ja so ich hoffe ihr geht da mit meiner strategie oder mit meinem vorhaben ein bisschen d'accord seid bei mir tut mir leid wenn du oder ihr erwartet dass das jetzt hier so ratzfatz durchgerusht wird bis zum ender dragon ja leider nein leider nein wir wollen hier entschleunigen wir wollen eine gemütliche zeit miteinander verbringen und trotzdem hier was weiter kriegen mhm so schaut es aus ich versuche das auch jetzt wirklich nicht jede Folge hier Bäume zu schlagen das ist total langweilig das ist mir klar würde ich mir wahrscheinlich selbst nicht anschauen wenn das jemand macht außer es ist jemand was ich super cool finde so wie ihr mich hoffentlich so so denn mir wurde auch gestern wieder gesagt übrigens als ich hier das ganze gebaut habe habe ich auf discord live gestreamt wenn du neu bist bei mir am Kanal dann ist das vielleicht für dich auch zur Information einfach mal am Discord vorbeikommen der ist in Rips in der Videobeschreibung verlinkt und auch in der Kanalbeschreibung hin und wieder wenn ich so Farming Aktionen mache für verschiedene Spiele dann streame ich da ganz gern mal einfach in Discord live genau ja auf jeden Fall wäre ja mein Ziel gewesen dann Neteritfarmen zu gehen also den dicken Schrott braucht man in dem Fall nicht außer wir haben direkt eine Festung nicht eine Festung eine Bastion vor der Haustür vom Neterportal dann werde ich mir das überlegen sonst halt nicht ja ich glaube dass man es auch mit der Diamantrüstung wenn die gut verzaubert ist müsste man das easy cheesy hinkriegen so hier das Zuckerrohr ernte ich auch immer wieder ab das wächst schon ganz gut nach da habe ich auch viel auch schon getradet jetzt sprich Papier getradet mit den Bibliothekan kommt auch ein bisschen was rum ist halt ziemlich teuer aber es wächst momentan sehr gut und was ich übrig habe kommt halt da dann weg ja so nächster Baum einen machen wir noch die Zeit ist eh schon wieder so gut wie um den Baum den machen wir jetzt noch gemeinsam und dann bereiten wir uns vor auf die Höhlentour ja in der nächsten Folge dann natürlich oder soll man zuerst hier irgendwie in Richtung Erkundung gehen das eine Dorf suchen schwierig 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 ich wurde übrigens auch gefragt von der lieben Marlene ob ich denn nicht wieder Bock hätte dass wir irgendwie so ein Community Bauserver machen ich gebe die Frage jetzt mal an euch weiter wollt ihr das würde euch das gefallen würdet ihr da mehr als eine Woche drauf spielen das ist für mich ganz wichtig zu wissen finanziell geht es mir nicht so gut und wenn ich da dann einen Server stelle dann will ich auch dass der genutzt wird ja und nicht verstaubt Entschuldigung schneide ich später nicht raus meine Huster und Nieser die seid ihr ja schon gewohnt die gehören für euch schon dazu wie das Blatt auf die Fichte keine Ahnung wie hoch ist denn der Baum sag mal eieieieiei so zack 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 ich habe das heute schon so oft gemacht und gestern ich habe da echt gute neun Stunden jetzt bin ich da gesessen und habe nur drüben geschaut dass wir alle Bücher kriegen einmal antraden dazwischen immer wieder hier Material holen zum Verkaufen ups es war echt ne Challenge also das hatte ich total unterschätzt was das für ein zeitlicher Aufwand ist so ups gut ich werde jetzt noch munter fröhlich hier alles abholzen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder wo wir dann hoffentlich unsere Spitzhacke verzaubern können und dann ab in die Mine gehen bis dahin sage ich vielen lieben Dank für's dabei sein gern Daumen da lassen gern Kommentar hinterlassen und natürlich ein Abo falls du das noch nicht getan hast ich würde mich drüber freuen Ciao Baba Euer Marito Euer Marito